Wir fangen jetzt einfach mal an. Christoph, du kannst auch immer mal so sagen, was die anderen machen sollen. Da sind noch welche frei. Okay, der Rest, ja? Wenn wir genug Teilnehmer sind, ist gut, sonst müssen die vom ersten Brett hin weiter. Seid ihr alle fertig? Bist ihr jetzt so wie es ist? Gut, Christoph, dann saust mal hoch. Christoph, machst du mal eben das Seil da bei den Bretten los? Dein Sicherungsseil ist an der Ecke fest. Ja, wunderbar. So, und jetzt erste Gruppe, bitte aufpassen. Ja, wunderbar. Gut, ihr könnt ihm jetzt auch entgegenkommen. Die zweite Gruppe, bitte darüber. Jetzt die dritte Gruppe. Mit dem Brett, vielleicht ein bisschen. Aber ich weiß gar nicht, wenn ich das jetzt vielleicht da ran. Und dann, wo kann ich den Herrn? Und dann, das Rett war der, und dann, wo kann ich den Herrn? Ja, super. Das ist ja wunderbar. Das ist ja wunderbar. Noch mehr? Noch mehr? Und dann, das ist ja auch nicht so. Gut, das letzte Gruppe. Nee, ich habe das ja in Hannover schon gemacht. Ja, wunderbar. Alle machen? Ja. Gut, komm, wir nehmen. Ich mache jetzt so gerade. Stop i. Und wieder stoppen. Willkommen hier. Guten Tag, Freund. Echt? Ein Mann, du kommst. So, jetzt hört mal eben zu, die Drucken links und rechts von Christoph haben hier die Bretter bei zur Seite, einfach zur Seite weggehen. Von der Mitte wegziehen. Von der Mitte wegziehen. Okay, jetzt zieht die Gruppe von Christophs Brecht, jetzt in die Richtung. Christophs Ressels runter jetzt, nach hinten. Ja, durch. Von der Mitte wegziehen jetzt, von Christoph weg. So ist das, wunderbar. Habt ihr super gemacht. Ja, super. So muss man das machen. Super zusammengearbeitet, ganz toll. Das ist. Wunderbar. So, ein nächstes Abpack.